In Italien sind beim landesweit größten Hühnermastbetrieb Aya in Verona gravierende Tierrechtsverstöße festgestellt worden, so die deutsche ARD am Dienstag. Aufgedeckt haben das deutsche und italienische Tierschützer. Die Produkte werden in vielen Ländern Europas verkauft, darunter auch Österreich, wurde am Mittwoch bekannt. So hat Spar einen ganz kleinen Anteil Hühnerfleisch von Aya hierzulande im Sortiment, bestätigte eine Sprecherin. Spar fordert nun Aufklärung. Wir haben zu den Vorwürfen eine Stellungnahme eingefordert, teilte die Sparsprecherin mit. Bei einem ursprünglichen Betriebsbesuch habe man einen hochprofessionellen und modernen Betrieb vorgefunden. Es sei insgesamt nicht möglich, die gesamte Menge des benötigten Geflügelfleisches in Österreich zu bekommen, betonte die Unternehmensvertreterin. Die Bürgerinitiative Ökoreich rief die heimischen Supermärkte und im besonderen Spar zur Auslistung von Aya Giflügel auf. Geflügelf Untertitelung des ZDF, 2020